Doppeltorschütze Jan Brandtscheid, herzlichen Glückwunsch zum Heimerfolg, der euch wie das Osterfest versüßt? Ja, das ist natürlich schön. Mit einem Sieg in die Feiertage zu gehen, war wichtig, dass wir nach dem Pokenspiel heute nochmal einen Sieg einfahren. Gerade zu Hause wollen wir unsere Serie fortsetzen. Das haben wir geschafft und das freut mich. Lass uns mal auf die Tore schauen. Das 1 zu 0, zu wie viel Prozent gehört das im Idara-Torwart? Ja, das war ein brutales Ding. Ich glaube sogar Olli Kahn hätte das Ding nicht gehalten. Nein, Spaß beiseite. Was soll ich sagen? Ein normaler Torhüter oder ich weiß nicht, ob er einen schlechten Tag hatte oder so. Aber das Ding ist drin, wie ist mir eigentlich egal. Beim 2 zu 0, ich weiß nicht, ob es sich so zugetragen hat, ich glaube Hendrik Thull wollte aufs Tor köpfen, ihm rutschte das Ding irgendwie über den Kopf und dann stand zu breit. Ja, ich habe darauf spekuliert, dass der Ball langkommt. Thull hat ihn natürlich dann verlängert, ob es gewollt war oder nicht. Ich habe dann da gestanden und habe genau darauf spekuliert, dass er da hinkommt und habe ihn dann gemacht. Das waren deine Saisontore 17 und 18. Du hast jetzt wieder mit Andreas Buch vorne gleich gezogen. Wie wichtig ist es für dich in dieser Saison, die Torjägerkanone zu gewinnen? Egal, worum es geht, ich will immer Erster sein. Da geht es bei der Torjägerkanone genauso. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich werde alles dafür geben. Aber primär ist natürlich wichtig, dass wir gewinnen, Punkte sammeln. Wenn ich dann am Ende oben stehe, bin ich natürlich stolz auf mich. Ja, mit Platz 1 für die Mannschaft klappt es diese Saison nicht. Wie sicher ist denn, dass du in der nächsten Saison mit der Eintracht einen neuen Anlauf nehmen wirst? Ja, also die Gespräche laufen zur Zeit. Ich denke, da gibt es bald was zu vermelden, wie es weitergeht und dann wird man davon hören.